In diesem Video geht es um die besten Fitnessarmbänder. Der Qualitätssieger in unserem Fitnessarmband-Test geht an das Honor Band 5. Der Honor Band 5 Fitnessarmband Multisport-Modus bietet ein besseres Trainingserlebnis. Die Echtzeitüberwachung der Herzfrequenz verringert das Risiko von Bewegung, Dauer, Distanz, Geschwindigkeit und Laufen. Unterstützung für angeschlossene GPS-Geräte Verfolgt die Sauerstoffsättigung im Blutkreislauf, damit Sie beurteilen können, wie sich Ihr Körper während des Trainings oder in großen Höhen anpasst. 24 Stunden am Tag Überwachung der Infrarot-Herzfrequenz bei Nacht Herzfrequenzwarnungen Dutzende von Algorithmen zur Optimierung von Trainingsszenen Basierend auf der Messung der Intelligenzüberwachung 0,95 Zoll AMOLED Echtfab-Touchscreen mit gebogenem 2.5D-Bildschirm Vollbildtouch mit Home-Taste für die Rückkehr per Mausklick 240 x 120.282 Pixel pro Zoll Hervorragende Sichtbarkeit auch im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung Funktionen für eingehender Anrufbenachrichtigungen Einspruch wird zurückgewiesen SMS, E-Mail, SNS-Benachrichtigungen, Vibrations-Alarme, WeChat, Timer-Rote-Umschlagerinnerung Machen Sie Ihr Leben einfacher und intelligenter Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung Die Alternative ist das Xiaomi Mi Smart Band Neues Vollbild-Display 1,56 Zoll AMOLED-Bildschirm 49% größer als sein Vorgänger Mi Smart Band 5 Auflösung 326 Pixel pro Zoll, um Bilder und Textinhalte noch klarer zu sehen Sport-Tracking 30 Trainingsmodi zur Aufzeichnung Ihrer Herzfrequenz und Ihres Kalorienverbrauchs, einschließlich Pilates und Zumba Gesundheitsüberwachung mit SPO2-Tracking können Sie den für Ihre Gesundheit wichtigen Blutsauerstoffsättigungsgrad erkennen Die Schlafüberwachung kann die AIM-Phase, das tägliche Nickerchen und die Qualität der Schlafatmung aufzeichnen Tägliche Herzfrequenzüberwachung auch Antibakterielles Armband Das TPU-Material im Inneren des Riemens enthält antibakterielle AG-Plus-Wirkstoffe, um die Haut vor Keimen zu schützen Langfristige Nutzung und einfaches Laden bis zu 14 Tage Akkulaufzeit bei Standardgebrauch Auch vereinfachtes Laden dank Magnet-Ladegerät wasserdicht bis zu 5 ATM 50 Meter Der Preis-Leistung-Sieger in dem Fitness-Armband-Test ist das Xiaomi Mi Smart Band 5 Ein Fitness-Tracker mit einem großen, 1,1-Zoll-Display und vollständig aus 2,5-D-Glas bestehenden Touchscreen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung Das ist die Front des Mi Band 5 Auf dem farbigen AMOLED-Display mit einer Auflösung von 294 x 126 Pixeln lassen sich alle Infos schnell und deutlich ablesen Besonders dank der Helligkeit von bis zu 450 Nits Eingehende Benachrichtigungen, Schritte, Uhrzeit, Inaktivitätsmeldungen und noch viel mehr werden in aussagekräftigen Texten auf dem Bildschirm angezeigt Des Weiteren lassen sich links und rechts vom Home-Bildschirm unterschiedlichste Widgets konfigurieren bis zu 10 Stück insgesamt Um superschnellen Zugriff auf Musiksteuerung, Benachrichtigungen, Wetter, Kamerafernbedienung, Status und vieles mehr mit nur einem Wisch zu ermöglichen Selbstverständlich erfasst das Mi Band 5 die zurückgelegten Schritte, Kalorien und besitzt Funktionen wie Trainingsprofile, die Messung der Herzfrequenz oder überwacht den Schlaf Des Weiteren gibt es jetzt auch eine Überwachung des Menstruationszyklus Das Mi Band 5 ist bis 50 Meter wasserdicht und kann dadurch ohne Bedenken beim Duschen, Schwimmen oder im Pool getragen werden und dabei auch dort die Aktivitäten aufzeichnen Der integrierte Akku ist sehr langlebig, hält bei gewöhnlicher Nutzung bis zu 14 Tage durch und lässt sich dank der neuen Magnet-Ladefunktion auch aufladen während der Trecker im Armband verbleibt Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen Endispiel 16 15 19 20